Musik Ja so sehen Sieger aus. Der Mann war eben noch mit mir vor dem Drusushof als der zuständige Marketingmann für das Sommernachtslaufgeschehen hier. Und jetzt ist Marke kurz nach dem Lauf direkt wieder zu uns gesprintet. Na wie war es denn? War sehr schön, aber Sieger ist falsch. 26 Minuten war für mich in Ordnung, hat gereicht. Der größten Siegertyp ist neben mir, Jörg Gerlings. Jörg, wenn ich kurz vorstelle, ist vor allem für seine CDU-Funktion. Hallo Jörg Gerlings, CDU-Vorsitzender des Stadtverbandes in Neuss. Korrekt und ich muss auch sagen, die Strecke war klasse, super organisiert, auch von Marke und seinem Team und allen, die dabei waren, von der Turmgemeinde Neuss natürlich. Und die Stimmung war riesig, bei den Rahmenbedingungen natürlich klar. Na ja, Sieger sollte ja auch sagen, dass Sieger ist, wer ins Ziel kommt, um die Uhrzeit noch so fit dabei ist. Und ich darf mal gerade hier die Lebensrettung spielen. Wer dann auch noch, liebe Zuschauer da draußen, diese Klammern mit sich trägt, das ist doch ein realer Sieger. Ja, auch ein wichtiger Bestandteil sind die Parteien, die politischen Umfelder sind wichtig. Aber ich denke, man ist heute in vielen Funktionen parallel da, oder? Das stimmt. Also vorrangig bin ich heute Läufer, Sportler, so gehört sich das. Die Neusser sind auf den Straßen, das wollen wir auch haben. Und ich bin auch für die Turmgemeinde Neuss aktiv. Also heute läuft alles rund. Und dann haben die beiden sich jetzt einen schönen Tropfen verdient. Ich denke, da gibt es was Leckeres von einem der Sportpartner hier. Marc Hillen ist froh und hält das Gute ins Licht. Dankeschön und ich wünsche viel Spaß bei der Dusche nachher. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Viel Spaß noch. Dankeschön. Dankeschön.